Hallo und herzlich Willkommen bei TIP TAP TU! Hallo! Und wir haben heute hier dieses Schwein, Schweineschwarte. Im letzten Video haben wir das ja ausgepackt und mal so einen kleinen Test gemacht, wie das funktioniert. Drück mal jetzt noch nicht drauf, der hat ja noch kein Hamburger gegessen, ne? Ne. So, Mama hat sich in der Zwischenzeit mal durchgelesen, wie es geht und da würde ich sagen, dann fangen wir mal an und zwar müssen wir würfeln. Der erste, der jüngste fängt an und du würfelst eine Farbe. Hier sind auf dem Würfel die ganzen Farben drauf, das heißt in der Farbe, die du würfest, nimmst auch einen Burger. Und diese Burger, wenn du zwischig gelb gewürfelt hast, hat unten drunter eine Zahl, in diesem Fall eine 3. Das heißt, man schmeißt diesen Hamburger da rein und drückt auf die Mütze dreimal. Ja? Was soll das bedeuten? Das bedeutet, äh, gar nichts, ne? Du kannst dir eine beliebige Farbe aussuchen, hier bei denen. Und das hier, das ist der... Und das hier, das ist der... Und das hier, das ist der... Das ist das hier nicht. So wie lila. Das sieht aus wie die Nase. Weil sonst ist kein, nicht lila drauf. Lila ist nicht so hell. Aber das ist lila. Das stimmt. Ja gut. Okay. Also der weiße Burger ist ein lila Burger. Ja. Genau. Warum auch immer. Okay, dann würfel mal los. Grün. Grün. Dann such dir mal einen aus. Und? Zweimal drücken. Okay. Immer rein schreifen und zweimal drücken. Und warte mal. Drehe den nochmal so, dass wir den auch sehen können. Einmal schon. Ja. Zweimal. Papa ist dran. Dann gib mir noch einen Würfel. Grün. Grün auch. Ähm. Vier. Ja. Aber ich glaube ganz am Anfang ist das noch nicht so schlimm. Nee. Da wird wohl nichts passieren. Also der Bauch kann ein bisschen wachsen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Man sieht aber an der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der Bauch wächst so ein bisschen. Der wird dicker. Der wird immer dicker. Genau. Kein Wunder, wenn es so viel Hamburger hat. Bei dem der Bauch platzt. Machst du eigentlich auch Hamburger? Ja. Ohne. Also nur Hamburger. Fügt der Dänder rein. Ketchup. Okay. Und jetzt. Okay. Lecker. So ich habe jetzt rot gewürfelt. Und nehme die vier. Vier. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Noch nicht. Aber die Gürtel geht schon langsam auf. Oh Gott. Er wird dicker. Ja. Einmal vier und ich habe füttert. Oh. Du sollst gar nicht füttern. Genau. Jetzt ist Papa dran. Glück gehabt. Grün. Grün. Aber da sind keine vier mehr dabei. Aber die drei. 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 Okay. Guten Appetit. Und. Eins. Zwei. Drei. Drei. Oh Gott. Lila. Zwei. Langsam wird es spannend. Eins. Zwei. Also noch hält der Gürtel. So. Du bist dran. Wie ist das eigentlich? Schreitet der aus oder ist das Spiel dann zu Ende? Nein. Nein. Dann hat derjenige verloren. Eins. Dann macht er nicht mehr mit. Ja. Hier schmiert die. Ich fütter dich. Ja. Hast du Ecke gefüttert? Ja. Ja. Ganz toll. Ich muss einmal klack machen. Ja. Genau. So. Also. Grüne haben wir nicht mehr. Nein. Grün. Grün. Also. Dann muss ich nicht nochmal würfeln. Okay. Habe ich auch Glück. Ja. Ich darf auch nicht würfeln. So. Du bist dran. Okay. Rot. Rot. Siehst du gerne, Frau? Weiß. Leute. Erst in Hamburger reinstoppen. Ach so. Hamburger muss da rein. Eins hast du. Genau. Zwei. Noch nicht geklackt. Zwei. Drei. Okay. Glück gehabt. So. Grün. Ich muss nichts machen. Gelb. Und jetzt ist es Kletzen. Eins. Ja. Gelb hatten wir ja noch gar nicht mehr. Oh. Der Gürtel hält noch. Du bist dran. Du bist dran. Und? Du darfst jetzt eine Farbe ausdrücken. Weißt du noch, wo die vier schon weg sind? Zwei. Die grünen müssen. Sind alle weg. Ne, aber von einer. Ich würde rot nehmen. Vier hatten wir doch schon, oder? Ich bin grün. Ich kann auch sehen. Ne, ich glaube, du musst dir einen aussuchen von denen, die noch da sind, oder? Rot. Schleller machen wir. Zwei. Zwei. Ja. Hallo Freunde. Und zweimal drücken. Ich halte fest. Eins. Zwei. Hält noch. Hopper ist dran. Jetzt soll er platzen. Wir sind nur ein Millimeter inzwischen. Jetzt ist es spannend. Rot. Eine Eins. Ja. Ein Millimeter ist inzwischen. Ein Millimeter. Oh, oh. Das Schweinchen wird immer dicker. Ja. Den mochte er aber noch. Eins war das noch. Passt noch. Hm. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen, ne? Okay, ich darf nicht würfeln. Du bist dran. Du musst nicht würfeln, Mann. Ich muss nicht würfeln, ja. Grün. Du musst auch nicht würfeln. Du musst ihn nicht würfeln. Du musst ihn nicht würfeln. Muss nicht würfeln, ne. So, aber ich jetzt. Rot. Auch nicht. Ich darf mir eine Farbe aussuchen. Ich nehme mal Lila. Vier. Oh. Das war's. Das war, ich glaube ich bin raus gleich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, passt noch. Okay. So, du bist. Grün. Kein grüner mehr da. Guck mal. Kann der etwa alle auflassen? Rot. Ich weiß nicht, passen da so viel rein? Ja, da ist ganz schön drin, ne? Grün. So. Und was gibt's? Was gibt's? Rot. Das war Rot. Aber ich würfeln nochmal würfeln. Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. 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 Ich hab alles dran. Rot. Rot. Ich darf gar nicht. Und? Lila. Sonst schnappt ihr noch. Eins. Ja, mal gucken, ob der Gürtel noch halten kann. Ja. Du bist aber mutig, ne? Ich hab alles dran. Und Geld. Vielleicht sind hier alle die Hamburger. Vier. Vier. Okay. Oh Gott, der wird sich platzisch. Ja, der Bauch ist echt dick. Viermal. Ja. Eins. Oh. Jetzt gleich. Zwei. Drei. Vier. Oh, nee, na? Glück, ja. Ich darf gar nicht. Ja, total. Du darfst immer gar nicht. Gelb. Oh, Mensch. Drei. Drei. Oh Gott. Fällt der noch? Nein. Ich halt fest. Oh. Okay. Du bist raus. Ist ja nicht schlimm. Wir sind nur im Spiel. Raus? Ja. Okay. Stell dir mal vor, du hättest die ganzen Hamburger gegessen. Oh ja. Oh. Dann wären wir schon vorher geplatzt, ne? Ja. So. Also, Ash ist jetzt raus. Ja. Und wir müssen jetzt nochmal zwischen uns entscheiden. Genau. Also, alles nach vorne. Die alle wieder raus. Okay. Und dann... So, okay. Weißt du was? Wir spielen als Team. Ja, Papa und Ash gegen Mama. Wir beide gegen Mama. Genau. Ja? Wollen wir das machen? Na gut. Und wer fängt an? Okay. Die Jüngsten natürlich. Na gut. Das bist dann du, ne? Wir beide zusammengerechnet. Wie machen wir den hier zu? Ne. Wir müssen uns ja als Team unser Alter zusammengerechnen. Wie machen wir den Würde zu? Erstmal muss man den in die Luft wieder rauslassen. Rott. Das ist so. Ah, okay. Und dann wird der geschlossen. Der Bauch war zu dick. Okay. So. So. Dann fangen wir los. Du fängst an. Ah, ich fang an. Okay. Mama ist jünger als wir beide zusammen. Genau. Ich spiel mit. Rot. Mit der Pfeffer im Team. Eine Eins. Genau. Im Team Rot. Gelb und Grün. So. Gelb. Wer würfelt? Du? Ja. Ich hab immer Glück. Siehst du? Ich hab Glück. Ich hab Glück. Genau. Aber am Anfang ist das glaube ich nicht so wichtig. Zwei. Ich bin ja gespannt, ob der gleich wieder alle frisst, ne? Bestimmt. Ey, du musst noch mal glücken. Zwei. Stimmt. Du hast gut aufgepasst. Stimmt. Stimmt. Eine Drei. Oh, so ist kein Glück. Eins, zwei, drei. Ich bin dran. Gelb. Eine Vier. Aber ich glaube ich hab noch Platz. Eins, zwei, drei, vier. Ihr seid dran. Gelb. Und gelb. Eins. Ich hab sowas vom Glück immer. Ja. Ja. Super. Ich darf gar nicht. Ihr seid dran. Und? Grün. 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 Ne, denn. Drei. Eins. Zwei. Drei. Super. Gelb. Ne, da kann ich mir lange durchschreiben. Zwei. Eins. Zwei. Ihr seid dran. Aber wenn der alle fressen kann, hat er ja noch was vor sich, ne? Ja. Ja. Welche Farben wollt ihr haben? Rot, da war schon eine 4 oder? Weiß ich nicht. Bei der grünen war auch schon eine 4. Nein! 4! Wie lasst mir den gegeben? Weil ich das nicht guckte aber. Den nehmen wir. Der braucht gar noch wachsen. 1, 2, 3, 4. Und ich darf mir auch was aussuchen, ich geh nehmen. 4 in Lila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich hab Glück. Grün. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob deine 4 schon weg ist. Das weiß ich nicht. Ich pass mal ein bisschen auf. Nimm einfach, ist egal. Im Moment, Platz der Marge. 2, 3, komm! Dann könnt ihr nochmal. Genau. Super. Ich nehm den fest. 1, 2, super! Ja, jetzt ganz klar! Und ich darf mir was aussuchen. Ich nehme jetzt nochmal Lila. 1. 1. Eins. Ich bin dran. Drei. Dann drück mal. Eins, zwei, drei. Ich darf gar nicht. Du bist dran. Ach, ich bin dran, genau. Ich bin eigentlich zweimal ineinander dran, ne? Rot. Weil du mich eben einfach übergangen hast. Und, und, und? Was ist das? Nein, eine Drei. Ich hab's gesehen, eine Drei. Eins, zwei, drei. Oh! Ich hab gewonnen. Wir haben verloren. Und Mama ist der Sieger. Er hat zu viel gefüttert. Viel zu viel. Oh, das macht nichts, ne? Ja. So, okay. Das war jetzt hier die Schweineschwarte. Genau. Also, den machen wir nochmal wieder leer. Haben wir das gleich schon mal gezeigt. Hier hinten ist so eine Klappe, ne? Ja, hier hinten ist eine Klappe. Genau, die kann man alle rausholen. Die macht man hier auf und dann schüttelt man die einfach raus. Schüttelt die alle wieder aus. Übrigens, beim letzten Mal hat er doch alle gegessen, ne? Ja, also diesmal waren es nicht so. Nee, da waren doch irgendwie mehr. Kommt auf die Zahlen darauf an, wie oft man drücken muss. Dann einmal die Luft rauslassen. Ja. Super. Und Gürtel wieder zu. Gürtel zu. Ja, super. Und dann ist er fertig für das nächste Festmahl. Genau. Und das war jetzt die Schweineschwarte hier. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, damit wir auch sehen, dass es euch gefallen hat. So. Und wenn ihr nächstes Mal von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.